Jo Leute, willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Shop drauf, denn dieser ist ca. in 20 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. 3, 2, 1 und der Shop ist da. Okay, heute wieder nichts Neues. Oh, aber ich sehe, was selten ist. Da kommen wir dann gleich zu. Wir gehen erstmal zur linken Seite. Hier gibt es einmal die Hundetasche zurück und dazu auch den passenden Skin und zwar den Mopser. Ein sehr lustiger Skin, den gibt es hier in drei Varianten. Wirklich extrem lustiger Skin. Hier mit dem Rückenteil dieser Futternapf ist auf jeden Fall auch nochmal zurück. Und dazu gibt es einmal hier die Wurflackierung. Und dann gibt es auch noch hier eine Hacke und zwar die Kauknochen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Set. Ist heute alles auf jeden Fall zurück nach 42 Tagen. Und daneben gibt es einmal hier den Hasenwolf Skin. Ein sehr, sehr cooler, reaktiver Skin. Und dieser hat auf jeden Fall auch hier diese drei Stile, die sich auch im Spiel verändern. Extrem nice. Das hier ist das Rückenteil. Und dazu gibt es einmal hier den Lömer, so gesehen den männlichen Skin. Auch nochmal hier in diesen drei Varianten. Und dazu gibt es noch einmal hier die Neontillackierung. Auf jeden Fall auch ganz okay und animiert. Ein sehr, sehr cooles Set. Auch zurück nach 38 Tagen. Und an letzter Stelle gibt es einmal nochmal hier den Omen Skin. Ein sehr, sehr cooler Skin. Immer noch diese blauen Augen sehen heftig aus. Und das Rückenteil der Umhang ist auch extrem nice. Und auf jeden Fall ist auch dieser Skin heute nochmal zurück nach einem Monat. Passend dazu hier mit der Orakelhacke. Und auf jeden Fall sind das auch hier schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle können die gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Schütze ein Queller klicken und den Code Detour eingeben. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und jetzt gehen wir schon zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es ganz vor allem den Dynamo Skin zurück. Auf jeden Fall auch ein cooler Skin. Der ist heute zurück nach 29 Tagen. Ist ein sehr, ja, aufgedrehter Skin muss man sagen. Auf jeden Fall extrem nice. Und jetzt kommen wir schon direkt zum seltenen. Und zwar zum Norr Skin. Dieser ist heute zurück nach 324 Tagen. Also ultra selten. So ein Detektiv Skin ist heute nochmal zurück. Hier das Rückenteil nochmal gezeigt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler, extrem seltener Skin. Dann gibt es einmal noch hier die wilde Schneide. Heute zurück nach 41 Tagen. Und darunter geht es einmal das Emote Showstopper. Ist heute zurück nach 35 Tagen. Auch wirklich ein sehr, sehr cooler Tanz. Und dann gibt es einmal noch hier Lass es regnen. Der schmeißt hier sein Geld umher. Das hier zurück nach einem Monat. Letztens gab es ja auch das Emote mit dem Bananen zurück. Und heute hier das mit dem normalen Geld. Und an der letzten Stelle gibt es hier konzentriert. Der ist hier auf jeden Fall am Handy. Und ist ein bisschen abgelenkt. Ist heute zurück nach 19 Tagen. Ja und das war es ja eigentlich auch schon mit dem Shop von heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.